Ja, wir starten, also wir sind gezwungen, das Projekt hier neu zu starten, da Herbert wieder seine kleine Hacker angewohnt hatte, sprich YouTube-Accounts habt ihr Videos mal nebenbei löschen. Doch gar nicht. Und wie ihr sehen könnt, neue Welt, immer noch die gleichen Deppen. Nein. Aber diesmal zwei Kameramänner. Nein, Pommesbär, das ist ein neuer Depp. Na, der Red hat sich auch noch verwandelt, der heißt ab jetzt Pommesbär. Geschlechtsanwandlung. Das war nicht Red, das war Danny. Danny war das. Wenn ich Danny wäre, dann hätte ich mich schon längst umgebracht. Ja. Das bist du aber jetzt. Wie gesagt, zwei Kameramänner diesmal und äh... Wie zwei Kameramänner? Das hast du gesagt, also aus meiner Sicht auch diesmal. Ach so. Deswegen ja das 3-2-1. Ach so, ach so. Ach so, weil ich hab hier äh... Ja, ich hab mal schön abgesprochen hab vorher. Ja, er ist jetzt seit zweiter Sicht und hält sich dann selber nicht dran. Ja. Ach ja. Ach ja, was? Ach ja. Ja. Da wir ja wieder die ganze Zeit vertrödelt haben, muss ich kurz nochmal... Zack. Äh, auch noch falsch geschrieben. Ja, okay, äh... So. Acht Tag auch noch machen. Äh, war ja wieder Nacht. Richtig. Ja, acht ist doch auch gut. Oder nicht? Null wäre eigentlich richtig. Das wäre dann direkt... Ja, wir wollen aber nicht zu viel Zeit geben. Ja, stimmt eigentlich. War ja nicht so lang. Nacht fängt ja nur bei 300.000 an. Ähm... Circa. 300.000? Ja. Das ist beim Standard selber so. So. Oder 350.000 oder so. Irgendwie nacht an. Ach da hat der schon mal... Ach, da hat der schon mal... Hast du irgendwie mal ne Werk... äh... Werkbank? Ich glaub erstmal ganz viel Holz. Ah, es hat ne Werkbank. Gut, dann mach ich mir keine. Komm mal hier... Ach da, Werkbank. Er hat aber nicht mehr lange, wenn ich dort bin. Pumpe das... Dann glaub ich mal ein bisschen Stein. Ach ja, und... Wir werden das Pläne natürlich auch weiterführen, wenn die offiziell 1.9 rauskommt, ne? Also... Und äh... Kompletten 1.9 ist ja nicht mehr so viel Unterschied. Es kommt ja nur noch die Alchemie und äh... Tränke dazu. Und wird das doch nicht irgendwann noch 1.10 geben sofort? Ne, das kommt erst November. Und das heißt auch nicht mehr Beta, sondern das heißt dann Full Version. Ach so. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Na, ich bin bei meinen 11 Stämmen zufrieden und... Mal überlegen, wo sollten wir jetzt hingehen? In die Höhle hier oder? Welche Höhle? Ich geh in keine Höhle. Ich hab Stein. Die erste Pussy meldet sich schon. Brrrr. Nicht du. Der letzte. Der hat eine Höhlenphobie. Welche? Ich würd sagen, die Höhle hier. Aber wir gucken erst mal, ob irgendwas in der Nähe ist. Hm. Von mir aus. Warum hör ich jetzt schon Zombies? Und es regnet jetzt. Ich weiß nicht, warum es regnet. Ja, genau wie das alte. Oh, da ist ein Zombie. Hm. Stimmt eigentlich. Hat sie auch angefangen zu regnen. Hier. Wo bist du denn jetzt? Wo bist du denn jetzt? Hä? Welcher bist du denn jetzt? Ich bin hier oben auf dem Baum. Ich seh euch alle. Ach, da bist du. Ich würd sagen, wir gehen da hinten hin. Da ist eine Wüste und daneben auch wieder ein Berg. Ja komm. Lauf vor. So. Alle da? Nicht, dass ihr uns wieder stundenlang sucht. Also ich bin hier bei... Also ich seh die Wüste. Ich seh Frau Wüste. Ich seh Frau Wüste. Den Pommes seh ich gar nicht. Ich bin hinter dir. Also hinter Herbert. Da hast du deine roten Blumen. Entschuldigung. Au. Ich bin hier so reingelaufen in den Blumenbrücken. Auf zu essen. Wo ist ich? Sind die schon gleich da? Ach. Die Wüste meinst du hier? Die ist mir die Wüste. Töte nicht alle Kühe. Wir brauchen die noch zur Züchtung. Ich trotzdem möchte die Kuh töten. Die will aber nicht getötet werden. Der kocht ja. Siehst du doch. Hey hier ist direkt Kohle soweit ich sehe. Ich baue ab. Ja. Da hinten war auch ganz viel Kohle. Wo war Kohle? Da hinten. In der Nähe. Koh. Ok. Ich sehe keine Kohle. Du musst dir mal die Augen aufmachen. Ich würde sagen hab mich verlaufen. Ach. Nicht nur du. So. Hier oben. Wie könnt ihr euch verlaufen denn? Da hinten sehe ich den Lars. Nein ich hab mich nicht verlaufen. Auf jeden Fall bin ich nicht. Ihr seid und wart alle hinter mir. Hier. Ich hab ihn jetzt schon. Und. Weißt du. Da ist der Herbert. Ja hallo. Und wo ist der Letz? Ich bin hier auf dem Berg. Bei der Kohle. Ach da hinten. Denk mich doch am Arsch. Ich komme da auf den Berg. Aha direkt ein Kürbis. Hier waren ganz viele. So wollen wir dann hier in den Berg rein oder? Wo seid ihr? Welches Textjabrecht habt ihr eigentlich? Der Standard. Standard. Macht doch meins mal. Hab ich ja nicht. Da sind wie spinnend die Enden, wenn alle weiß. Kann ich wahr? Entschuldigung. Achso. Nein. Klar sind die weiß. Nein. Hier sind die weiß. Ich kann die denn im Video machen. Wer hat die Weltbank mitgenommen? Ich weiß wie die aussehen. Aber das ist bei dir nur so. Weil dann gehts. Das war irgendwie auch am Anfang so. Das ist der MCpatcher. Hat jemand die Werkbank mitgenommen? Ah ja. Ja ist doch klar. Achtung ich laufe mal durchs Bild. Ich muss die Kohle abbauen. Ignoriert mich. Ja du hast auch das Textjabrecht bekommen oder? Ja. Standard dran. Da. Hüpfel. Hackeln. Hochstein. Nein. Da. Nein. Hast du die neue Version rein von uns oder was? Ich die geschickt habe. Nein. Nein. Sticks. Nein. Sticks. Nein. Sticks. Sticks. Nein. Ich hab dir doch Stein gegeben. Ich hab keinen Stein. Dann kannst du nicht mal Steine auf uns sammeln. Du hast meine Sticks. Nein. Das sind meine Sticks. Jetzt streitet euch doch nicht mal. Also ich hab von irgendjemand Steinen und Sticks bekommen. Da haben wir doch niemanden. Ja. Wie der Regen leckt. Oder ich lecke ein bisschen. Da. Ein paar Fackeln für dich. Und ein paar Fackeln für dich. Und ein paar Fackeln für dich. Und ein paar Fackeln für dich. Nur ein paar. Ich will alle. Ich brauche keine. Ah meine meine. Und zwei Steine für dich. Ich brauche drei. Brauchen wir hier rein oder was? Da hast du einen drin. Wir brauchen noch einen Stein bitte. Ja da. Kriegste nicht. Dankeschön. Bitteschön. Du dürft den Nutzern. Nein. Das sind wir noch nicht genug. Was machen wir jetzt überhaupt? Na erstmal Hohlraum machen. Dann wird Platz haben alle. Also ich brauche viel Platz. Ich brauche hundertmal hundertmal Raum. Das ist immer. Ja dann huddel mal soviel. Okay. 100 Parts nur. 100 Parts Buddel. Okay. Kein Problem. Mach ich. Wie hoch geht der Berg eigentlich? Okay. No Problem. Machst du da. Die Wand. Die Wand. Würde ich sagen. Welche Wand? Bis dahin. Wird Zombies hier drin haben. Oder Skelette. Oder Creeper. Oder Endermänner. Oder Spinnen. Ja klar. Alles mögliche. Da will ich was los. Oh. Da ist ja jemand so intelligent. Und äh. Er zieht in der Fackel. Hm. Ne aber von draußen können die immer noch reinlaufen. Ja du baust doch da Wand. Hast du was gesagt. Ja also. Bau ne Wand. Bau ne Wand. Die Mauer muss her. Die Mauer muss weg. Also die Höhe von. Die Werkbank muss nach innen verlegt werden. Hat jemand ne Schaufel? Wofür? Für Sand? Für Fenster? Woher sollte die? Hier. Ah ich geh einfach. Komm nicht rein. Hier in den Raum rein. Damit das hier. Nicht auf dem. Steht. Komm nicht runter. Aber ich komm wohl runter. Da. Dann rennst du da hinten runter jetzt. Tschüss. So. Hört mir mal wiedersehen. Während es regnet renne ich einfach weg. Na 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 na. Ey. So. Da war ne Spinne. Ich spinne. Achja. Hier regnet es nicht. Hä? Hier regnet es nicht. Hä? Hier regnet es nicht. Es regnet nicht überall. Ok. Es ist immer bei und mir abhängig. Achja. Also in der Wüste regnet es nicht. Hä? Hier regnet es nicht. Würde ich doch nie machen. Achja. Also da oben ist Oberfläche. Wie man sieht. Da ist graus. Also da nicht mehr. Hier ist es schon. Und da. Es ist schon viel angenehmer wenn es hier nicht regnet. Ja jetzt haben die. Ich wollte gerade sagen, dass die Zeit sich gar nicht verändert. Was ist denn noch so dunkel bei mir? So. Hast du da ne Schaufel bei dir? Nein. Aber ich kann den Stein mit Holz geben. Ähm. Ja. Ich habe Hunger. Ja bitte. Geh das nächste Mal in den Letzdenk mit. Dankeschön. Dankeschön. Ich brauche Steine. Ganz ganz viele Steine. Ich brauche kein Schwerd. Ich habe gesperrt. Steine. 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 Ich brauche trotzdem mehr. Ich brauche noch mehr Steine. Ich brauche noch mehr Steine. Ja da brauche ich noch mehr Steine. Für Treppen. Ich brauche noch mehr Steine. Hey. Also die Treppe ist wunderschön. Die gefällt mir. Die ist noch im Bau. Ist hier in die Mitte. Hier ist die Mitte oder? und wir nach unten graben was wir nach unten graben oder ach da ja dann würde ich mal machen aber aufpassen dass sie nicht reinkommen weil die hier oben ist direkt die oberfläche deswegen habe ich ja noch und und wenn oben die zwangnig sind egal die höhle und so entgegen graben da geht auch hoch jetzt mal zwei stext gemacht okay komm schneller ich will runter runter kannst du immer spinne die klettert auch hier stimmt da ist sie herrlich ich bin drinnen so unsere wand ist fertig macht ihr mal da im ofen kohle rein da habt ihr kein kohle ich habe keine kohle oder ach doch ich habe kohle ja machen wir alles einfach rein alles mal alle kohle rein zu gelassen ja er brennt hier das ich bin mir so aus der futter ich bin mir weil ich mich gleich verrecke so zack 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 kann ich k k k Glas? Nee, da ist Holz. Da ist Glas. Ja, mach ich das. Brauchst eine Schippe. Hier, da liegt einer. Ich weiß nicht, ob ich die Blöcke hier wegmachen soll, weil dahinter ist direkt Oberfläche. Ah, weil... Ich würde es doch auch machen. Kannst doch hier weiterziehen. Ist doch noch mehr als genug Platz. Nein. Im Fenster? Sieben Stück, das ist schon mal gut. Nein, da ist Luft. 16. So. Hust, hust. Da regnet es ja rein. Deswegen ja. Also höher als das Ding da dürfen wir nicht gehen. Außer wir machen so eine... Äh... Terrasse oben auf dem Dach. Kohle. Ich habe kein Stein mehr. Ich brauche Kohle. Kein Stein mehr. Ich habe Stein. Kann ich dir geben. Gerne. Ich weiß, wo ich noch die Kohle gebe. so. So. Oh, danke. Noch mehr? Na, aber es muss zu reichen hier. Okay. Um die Bische zu füllen. Es hat aufgezuregnen. Yep. Och, endlich. so die fenster sind auch erst mal dran ideal zum rausschießen wie soll man fallen auf der rechten seite und überhaupt nicht angreifen jeweils auf mich fixiert ist jetzt ist er auf dich auf mich fixiert wenn es noch kreis er wollte mit den spielen ich will doch nur spielen ja toll stein 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 steine musste den nach unten in der mine fragen ich habe auch keine steine mehr der drunter bestimmt auch keine steine bauten ach da ist ein zombie ich brauche essen essen da ist ein skelett hallo hallo let's hallo was machst du da eine mine bauen er ist ein stein weil ich da eine hülle ausgaben habe da war kohle jetzt aufpassen und hau ich dich das war eine drohung voll der grafik ab stein ich hab stein halb ich habe stein da nicht hast du ich auch kein nach oben bist du dann reist dann machen wir es wieder weg ja kommst du mal ok tschüss 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 ralf ich hab stein da den zombie da draußen freut's echt was was machst du da der letzte braucht kein licht hat er gesagt ich hab euer eigenes licht ich hab euer eigenes licht da siehst du ach der hätte jetzt x-ray zu erinnern hab ich gar nicht ja ja gibt's doch gar nicht für 1.9 gibt's doch gar nicht für 1.9 gibt's doch gar nicht für 1.9 mir ist das jetzt ganz schön eine predoli wenn es das doch geben würde gibt's aber nicht ich weiß noch gar nicht hab ich es noch gar nicht hab ich nicht gefunden ja und ich will's auch gar nicht haben oder was und so ein minenschacht finden da ist alles und x-ray kann man auch ganz einfach mit tnt sand und pistons bauen da kann man die minenschächte alle ausführlich machen ja ja tricks gibt's ja da sind 2 x-ray 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 wow sieht das amer indicating ist eigentlich der Lars hin ich werde ihr verfolgt unt burger und fecher ich bin aber weg da mach ich da guarded ja nämlich nicht finanzieren warum nicht Ein anderes Muster vielleicht? Hm. Holzverschwender. Wie ist denn das? Boah, Fackspinne! Jetzt da auf der Seite auch noch. Komma! 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 So. Draußen beginnt das fröhliche Sterben. Hm. Hm. Hört man. So. Ich hab ein verdorbenes Fleisch, doch nicht. Verdorbenes Fleisch. Er braucht ja schon verdorbenes Fleisch. Raisel. Raisel. Ja. Du brauchst die ja nicht. Die CDs kann man sich eh nur cheaten. Sicher? Ja. Die findet man nicht. Die findet man nicht. Da gibt man nur einen Single-Player-Kreative-Mode. Hm. Also du kannst ruhig die alten Texturen reinmachen. Hm. Hab auch. Die alten. Ja, hab ich auch. Wie groß ist der Baum hier? Groß genug. Na endlich. Irgendwo Eisen? Nein, aber sonst kein. Das ist so Mammut, dass der Mammut ist. Ich bin eingeschlossen. Hilfe. Ah. Gut. Cool. Echt, wahr? Hm. Ne? Geht doch. Da fehlt Häuschen. Nichts gegen Pommes. Ich muss mich lieb haben. Ich das? Ist ich das echt? Nein. Könntest du aber. Hier muss man mich lieb haben. Wenn wer noch Stein hat, kann das mir ruhig geben. Ich hab nix. Komm runter. Nur Creeper. Nur Stein. Noch nicht. Nein Creeper. Gegen den Kaktus. Gegen den Kaktus soll zu gehen. Ich habe nix. Ich habe nix. Gucken ob ich später zurückfinde. Du tauge nichts. Du tauge nichts. Du tauge nichts. Irgendwie ist meine Maus total. Ist boah. Komisch. So komisch. Wie ist so so komisch? Hast du mit dir gemacht? Ja. Auf der Maus. Warte mal. Ja. Puste ins Mikro. Nein. Ich hab's in das Ding reingepust. In der Laser von der Maus. Ist das auch dein Mikro? Ja, mein Mikro sitzt ja direkt neben meinem Mund, he? Eigentlich, ja. Ja, und... Wo wollte ich jetzt eigentlich hin? Ich hab's gefunden. Verdammt, nein. Ich hab schon acht Stück. Also nicht, also... Die waren ja hinter dem Berg. Wo wollte ich jetzt eigentlich hin, he? Ist dir das? Vielleicht nochmal in die Wüste, etwas... Sankt man. Ne, ich renne ja gerade, erinnere mich nicht hin. Ah, da hast du ein Schaf. Da hast du noch ein Schaf. Das ist doch nicht irgendwie... Ja, wir wollten was machen. Ich weiß auch nicht, was machen wir alles. Guck mal, Racer. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Er mag dich nicht. Sie ist einer. Guck mal. Zweite Schaf. Genau, geh mal. Ja. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Ja, wo bist du? Ich bin hier in der Mine. Hier kannst du jederzeit eine Schere abholen. Bin draußen. Ich auch. Weil ich hab nämlich schon ein Eisen, also ich hab Eisen gefunden. Ganz viel. Na gut, vier Stück hab ich noch. Vier Eisenparen. Mensch. Jetzt geht noch. Bin hier im Sumpfgebiet, wo halt so verseucht ist und so, ne? Und viel Schafsinn. Also ich seh noch kein Schaf. Ich weiß jetzt nicht, ob das Sumpfgebiet verseucht ist, nur weil es so schwarz ist. Muss ja nicht heißen, dass es verseucht ist. Für mich ist es verseucht. Oh. Ja gut, das Wasser ist grün, da würd ich mir auch Sorgen machen. Hey, ich hab ein Spawner gefunden. Was wollen? Ja, weiß ich nicht. Das Wort nichts, das mit Wasser geflutet. Was? Ähm. Hat der Fackel? Ja, ich, aber ich bin hinter der Wüste noch. 55 Kohle. Und ganz viel Holz. So, was du? Ich bin in der Mine. Nimm malo. Die Dumm. Die Dumm. Okay, dann bist du. Der Arsch weit weg. Ja, ich bin nämlich bei 101. Und ich bin bei 101. Ich bin bei 40. Und... Z ist... 147. Okay, da muss ich wohl jetzt mal eben... Da gucken gehen, ob da Kohle ist. Was sagt mir deine Kräger? Ich komme zu dir. Nein. Ähm, meine sind... Äh, 108. Z ist minus 88. Ich muss 88. Ich muss in die Richtung. Boah, die Schweine droppen nichts. Das regt mich auch. Da beschwere dich bei denen. Dropper sonst. Ah, hat es geklappt. Rahmes Schweine. Hast du den Clay denn auch gesammelt? Wo ich die hängeschmissen hab? Hey, zu. Nein. Ich baue gerade deine Treppe. Ich habe nichts aufgehoben. Rück zu. Da bist du, ich sehe dich. Ich müsste doch einen Clay haben. Guck mal noch. Nach hier hin. Na ja, warte. Hallo. So, was solltest du? Eine Schere? Da ist eine Schere. Und... Jetzt brauche ich ganz, ganz viele Steine. Schnell, 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 schnell. Warte, warte. Ich muss erst das machen. Zwei. Schmeiß dich mal eben runter. Warte, 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 warte. Und da. Und... So. Muss ich das Wasser noch eben schnell hier irgendwo beenden? Da war ein bisschen Stein noch. Da. Und sich. Oh nein, ich habe wieder raus. Ha. Was wird da jetzt spawnen? Ein Schwein oder was? Oh, da ist ein Huhn gekommen. Da ist ein Huhn. Das ist ein Huhn. Er spawnt hier. Hühner. Oh. Oh, du und so. Ja, was auch immer ist. Ah. Noch mehr Stein. Cool. Nimm dich mal mit. Oh ne Höhle. Oh, keine Höhle. Kohle. Ja, bau mal ab. Ah, da ist es uns. Du kannst hier ein Monster bauen. Du kannst hier so ein Pornospaum bauen. Mhm. Da ist wieder kein Stein mehr. Ich brauche mehr Stein. Du hast sogar Eisen. Da. Nein, Eisen. Wow. So. Ja. Noch noch Kohle. So. Achtung, da kommt was auch. Ja. Ja. Bleib mal eben unten. Ich mach das was aus. Ich mach das was aus. Setze mal ein Fockelen hin. Ja. Mach raus. Warte. Tja. Ah. Ich brauche einen Spawner in den Kopf. Tja. Tja.